Willkommen liebe Leute zum neuen FIFA Part und Bayern ist am Start gegen Sidi? Na schau mal. Ja gut, also letzter Part noch, der hat mich so paniert, jetzt muss ich mich wieder ein bisschen konzentrieren. Einer war wirklich super, das hat er verdient, der hat dann am Schluss einfach nur noch Arschloch mäßig gespielt, aber er hat mir Chancen gegeben, wieder. So fangen sie den Angriff früher ab, sehr gut. So gehen's die Bayern also heute an. Im Tor ist Manuel Neuer, João Cancelo spielt mit Alfonso Davies. Und ja, also der hat auch noch vor extrem gut gespielt, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es jetzt generell schwerer wird, die Liga wird ja immer niedriger, sage ich einmal. Das heißt, die Gegner werden sich auch besser, ne? Oha. Und die Möglichkeit, der Wack... Hmm, schauen wir mal. Rechts. Hmm. Nein, lassen wir's einmal. Ist okay. Und, ja. Also, nein. Ich glaube, das wird einfach müder jetzt für mich. Platz auf außen für Kingsley, komm an. Und er hat den Ball. Ich meine, gut, wenn wir's so... Schüderpause. Schuhe ist Pressing aktuell gegen Modric. Okay, der hat beendet, schein. Machen wir gerne Neugl. Weiß nicht warum, aber... Machen wir gerne weiter, gell. Ja, irgendwas darf ich auf der Kopf haben, oder was, ne? Ist okay. Nehme ich gern. Und... Machen wir gerne weiter, gell. Das geht nicht, das geht nicht. Ähm, ja, ähm... Was gibt's sonst so zu sagen? Zum Beispiel, mein Kanal läuft, würde ich sagen. Ähm, Resi4 ist bald soweit. Ihr wisst Bescheid. Resident Evil 4. Boah. Und vielleicht gibt's ja schon die Demo da. Ich weiß nicht, wann ich alles hochlade. Okay, der... Oh. 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 Dieses Gegentor könnte Ihnen nun wirklich einen Strich durch die Rechnung machen. Sie wollen heute den Titel holen. Aber... Let's go. Und wo sollen die herkommen, Wolf? Im Moment läuft... Ja, tschühe mal. Rückstand für die Bayern. Mal reinkommen, ne? Also. Oh mein Gott. Barcelona hat, was die Taktik angeht, natürlich in den letzten 10, 15 Jahren bahnbrechendes geleistet. Absolut. Speziell die Ära. Und gut durchgesetzt. Gefährlich. Die Hoffnung lebt. Ja. Glaubst du, sie kann keinen Helfer oder was? Ha? Du. Die Hoffnung auf den Titel. Sie ist wieder da. Und damit alles auf Anfang. Es steht eins zu eins. Sie holen sich den Ball. Es gibt Abstoß. Da hätte er mehr draus machen können. Hätte müssen, ja. Genau. Klasse Technik. Franky de Jong. Ball bei Rafinha. Ja, das gibt ein Wurf. Oh, schön. War geil. Muss sie haben lassen. Neuer Superparade. Oh. 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 3-1, hier ist noch alles drin. Den Zweikampf führt er sehr gut. Viele Failpässe, viel zu viel über die Mitte. Das könnte was werden jetzt. Mit dem Ball am Fuß geht er nach innen. Tor, hätte er verdient, da ist es gut. Ich habe noch gar nicht für Tor Chancen gekauft, übrigens. Schon cool. Oh! Welt, ja. Sané bringt die Ecke rein. Erst diese Riesenparade und dann ohne große Mühe. Er hat den Ball. Hat er wieder gezeigt, was er drauf hat. Rückhalt für die Mannschaft, auf ihn ist Verlass. Oh. Ballfluss Bayern München. Wow. Aber am Ende kommt doch nichts raus. Oh, der zaubert. Und dann verlieren sie doch den Ball. Und jetzt Müller. Ja, ja, das ist abseits. Wirklich, wa? Und jetzt Lewandowski. Sauber vom Ball getrennt hier. De Jong. Rappiña. Lewandowski, Ballverlust. Ein Zauberer, hm? Ob das reicht, gell? Herr Lewandowski. Das ist die Frage. Ja, vielversprechende Aktion. Gutes Tackling hier. Viel, viel besser. Dembélé. Puh. Lewandowski. Da muss er hin und holt sich den Ball. Ein bisschen ruhiger machen wir das Spüren. Ruhiger. Hm, drum. Aber wir wissen natürlich, Ballbesitz ist nicht alles. Das sehen wir ja auch am Ergebnis. Du musst aus dem Ballbesitz, den du hast, einfach was machen. Das ist durch. In der Moment haben sie den Ball. Mal sehen, was sie daraus machen. Und das ist ein Ball voll zu holter. Gar kein Problem. Ja. Chance zum Konter jetzt. Shit. Oh, ist auch fun. De Jong. Ist das der Ausgleich? Ja. Parade neuer. Immer noch gefährlich. Oh, der Ballgewinn. Das muss es sein. Neuer macht Zug. Torchancen hat er genug. Aber okay. Wir hören es. Die Fans hoffen auf den Ausgleich. Jetzt der Eckball. Ballverlust Bané. Jetzt der Angriff vom Barca. Und jetzt Lewandowski. Da ist das Tor. Da ist das Tor. Da ist das Tor an den Reaktionen. Wollt mehr wie verdient. Gar keine Frage. Come on. Die haben sie den vorzeitigen Titel gewinnt. Am heutigen Tag auf einmal nicht mehr schaffen. Also, wo ist die Reaktion? Den Ausgleich haben sie sich wirklich verdient. Ein richtig gutes und ausgeglichenes Spiel. Schön durchgesetzt. Schön vom Ball getrennt. Das war eine wichtige Aktion. Früh stören. Da musst du erstmal gegen ankommen. Ballgewinn. Ja, guter Steipers hier. Sie legen noch einen nach. Doppelschlag binnen weniger Minuten. Und jetzt ist der Jubel natürlich groß. Jetzt liegen die Münchner zurück. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Mann! Schlecht. Ganz schlecht, ja. Ach du Scheiße. Boah. Das ist schlecht. Puh, Leute, Leute. Ne, ne, ne. Das geht nicht. Das geht nicht. Bayern kann hier noch nicht zufrieden sein. Ein Torrückstand zu Beginn dieser zweiten Hälfte. Mhm. Der Hund greift gleich so gut an. Er geht dazwischen und verhindert so eine Torgelegenheit. Oh, schön. Klasse aufgepasst. Er hat den Ball. Schönes Zuspiel. Oh, schön. Oh ja, da hat nicht viel gefehlt. Der Keeper ist da ein Tick schneller. Das war richtig gefährlich. Sané. 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 Das Ding lassen die Bayern liegen. Das gibt's doch nicht. Ich wäre der Ausgleich gewesen so weiter im Rückstand. Schade. Ballfluss Bayern München. Puh. Rafinha. Wichtiges Zäckling hier. Wo ist er denn? Da. Mein. Das muss er besser machen. Mhm. Lewandowski. Gut durchgesetzt. Gefährlich. Das macht er sicher. Aber es macht die Abwehr da. Erst die schöne Parade, aber dann pend die. Dann bekommen sie den Ball nicht raus. Das war's. Oh, man. Oh. Oh. Na, ist nicht vorbei. 4 zu 2 steht's damit. Hier ist einiges los. Es gibt ja eine, die sind hin wieder. Das ist, das... Das merkst du als Spieler selber halt nur. Das kannst du vergessen. Das ist vorbei. Ist okay? Ich in den Schlafraum. Ja, oder? Da verliert er den Ball. Jetzt müssen Sie aufpassen. Da geht er vorbei mit dem Trägen. Sie haben den Ball. Was muss ich weg am Punkt mehr? Das ist echt zum Kotzen. Ecke kommt in den 16er. Ah, damit sind sie hier mit drei Toren vorne. Wieder so eine klasse Szene. Da kommt der Treffer noch. Echt. Das ist vorbei da. Was ist denn da los? Da klappt die Hälfte auch. Das ist die Ecke. Ja, dann hat er es mir nicht einfach. Muss ja fast nichts mehr machen. Hält nur noch den Kopf hin und drin. Es gibt den Dreifachwechsel auf Seiten der Bayern. Weiter geht's. Barcelona nur mit drei in vorne. Kann mir nicht vorstellen, dass da noch allzu viel passiert. Da bleibt der Ball an ihm hängen. Da ist er zur Stelle. Sie bekommen den Abstoß. Boah. Boah. Bei Ballbesitz hat der FC Barcelona heute bisher klar mehr vom Spiel. Und sie wirken sehr zielstrebig. Ich komme gut vor das Tor, komme gefährlich vor das Tor. Ah, Moment, jetzt knallt es gleich. Und das schmalzt ja irgendwas. Sie lassen nicht nach, erhöhen damit auf Vorsprung. Kaum zu glauben. Sechs zu zwei steht es jetzt mittlerweile. Oh, Scheiße. Es ist vorbei. Da geht nichts mehr. Du kriegst ja kein Ball. Ich habe echt keinen Bock mehr. Und jetzt Lewandowski. Ja, ganz sicher. Ball ist raus. Das ist echt, aber der kann Sinn mehr. Das war nicht einfach. Schöne Aktion. Nicht so einfach hier. Ah, geil. Er versucht den Kunstschuss, aber der Lupfer war nicht gut genug. Das ist aber auch schwer. Da muss alles passen. Fickerei. Echt. Guter Einsatz. Da ist er da. Der FC Barcelona mit dem Wechsel. Herz der Eckball. Was war das denn? Schwache Szene, da müssen Sie mehr raus machen. Komm, mach raus, die Scheiße. Ich kann gut machen. Danke, Leute, für das zu sein bewährten Abo, da ein Interesse gekommen ist, wisst Sie ja nicht. Das war's aber eh. Da habe ich keine Chance mehr haben heute. Und der Match. Nein. Schöner Pass jetzt. Ups. Nein, ich spüre, war so schlecht, ne? Wirklich. Das habe ich mir auch verdient, dass ich verliere. Egal wie hoch ist das scheißegal. 1-0-Geraufgeld auf 2-1, das war's, das ist zu wenig. Das ist zu wenig, Leute. Das war's, das ist kein guter Pass. Supermorting. Toller Pass. Klasse Parade von der Stegen. Er war noch dran, gibt Ecke. Das ist echt. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Es war der ganze Sinn, leider. Lewandowski. Ich tue eh schon nix mehr, weil er vom Poppen auch. Es hat keinen Sinn mehr. Oh Mann. Das tut weh. Das tut weh, wenn man das so sieht, oder? Nein, tut das nicht weh, Leute. Fick dich. Nein, kein Tor. Das war eine Riesenchance. Da hatten sie ja eigentlich alle schon den Torschrei auf den Lippen. So, was machen sie draus? Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Oh mein Gott. Ich tue ich nix mehr. Da brauche ich nix mehr tun. Da brauche ich nix mehr tun. Das ist eindeutig heute. Zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können. Irgendwie. Danke. Tschö. 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 Vielen Dank.